Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker VD Forex. 60 Sekunden. Mein Startrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe zwei bis fünfmal mit dem gleichen Betrag ein. Zuvor schaue ich mir die Wirtschafts-Nachrichten an. Wir haben sehr wichtige News in allen Hauptwährungspaaren. Zunächst suche ich mir einen Einstieg im Meta Trader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und des perfekten Chartbildes. US-Dollar, Kanadisch-Dollar sieht gut aus, müsste allerdings noch etwas fallen. Den Meta Trader 5 könnt ihr noch kostenlos von meiner Webseite downloaden. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. bis zu 849 Euro sparen. Im nächsten Jahr wird es dieses Privat-Einzel-Coaching nicht mehr geben. Also schlagt dieses Jahr zu. Out US-Dollar. Sieht gut aus. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell ist wenig Bewegung vorhanden. Sieht aber gut aus. Alle vier Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.